Ach, du bist hier gespawnt, aber... Das könnte... Das könnte ein Ding sein. Das könnte Matze sein. Ich bin zurück. Ne, das ist Matze, genau. Da hier rumraschelt. Alter, Matze, du machst hier doch wieder rein. Was ist denn jetzt passiert? Alter, ich bin... Ich bin unter der Map. Ich fall runter. Ich nehme Schaden. Was? Was ist denn das? Was soll ich denn machen? Ich bin verreckt. Ja, der kann... Aber mich hat irgendwas getroffen. Ah, der kam von hier hinten. Oh Mann, ich hab mich so schlecht gesehen. Mich besnibt noch einer, Alter. Das ist ein Scaf-Player, ne? Oh, ich muss nachklippen. Scaf, Scaf, Scaf! Aua! Alex, raus! Warum... Warum hat die Waffe nicht geschossen? Was? Alter, bist du wieder tot, oder was? Ja, die Waffe hat geschossen. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Der hat nicht geschossen. Wieso ist denn der nicht umgefallen, Mann? Ich war doch barm auf ihn drauf, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Warum hat denn jetzt die Waffe nicht getroffen? Warum hat denn die Waffe jetzt nicht geschossen? Ich war sie nicht nachgeladen bei mir. Ey, du hast die falsche Munition drin gehabt. Aha. Oder du hattest ein Jam. Nein, er hat die falsche Munition drin. Ja? Ja, ja. Aber ich hab doch genau AK-55 drin gehabt. Das ist dann auch beim Prüfen drin. Du hast... Du hast eine VPO gehabt, du darfst. Nee, Jungs. Also wie gesagt, macht euch da jetzt keinen Kopf. Also wir... Es ist jetzt wirklich bloß erstmal... Wir bloß mal gucken, wie wir in zwei Jahren dann dastehen. Also bis dahin ist ja noch ewig Zeit. Also zwei Jahre, Mann. Zwei Jahre. Das sind ja fast drei Jahre. Mal kicken. Mal kicken. Mal kicken. Mal kicken. Mal kicken. Mal kicken. Mal kicken, wie der Zoo-Direktor so schön sagt, als er neue Affen bekam. Über diesen Namen, Alter. Das sind Makacken. Kennst du Makacken? Ja, klar. Ich kann mich jetzt schon wieder in den Dreck schmeißen. Falls ich nicht vor dir am Dreck liege. Oh, Wesley Snipes ist auch da. Bin da. Wesley Snipes, schon Level 49. Alter, du meinst ernst. Ja, macht keine Filme mehr. Zeit. Zeit. So, ich geh schnell eine rauchen. Bis gleich. Ich geh auch aufs Probierseite. Bist du gesprungen? Nein, ich liege hier. Hier ist einer im Gebirge. Da springt einer. Vor uns kommt einer. Wo ist er? Am LKW, unten. Ich hab ihn. Scheiß Einstellungen, jedes Mal wieder. Alter, gleich werden wir hier gecountert. Ach, schon tot. Schon tot. Was für ein Elend. Warum mussten sie sterben? Sie waren doch noch so jung. Sie hatten noch ein ganzes Leben vor sich. Ey. Ich sehe überall Köpfe und Körper. In Wirklichkeit sind es Sträucher und Bücher. Okay. Ich werde dir den Rücken frei, falls da noch einer rauspickt. Ich krieg den paar aufs Maul. Ich hab Angst. Oh, schönes Ding. MK 47. Hast du hier rein? Hat er einen Mutanten? Ja. Sehr gut. Der wird geschröpft, Junge. Bis zur Besinnungslosigkeit. Der war auch alleine, glaube ich. Ach, dann macht ihr seinen SVDS-Kill, die Ratte. Matze. Gegner kommen. Wo bist du? Brennst du runter? Nee. Ey, da kommt einer ran. Da kommt einer. Das ist ein Hedge-Ding. Ja. Alter, der ist schon tot. Der hat schon das Zeitliche gesegnet. Wo kam er her? Wo wolle er hin? Oh, du hast ihn erschossen? Sehr gut. Ey, Zimmlach. Wir strämen dich an. Wir strämen dich an. Alter, der wollte nicht sterben. Die Ratte? Nee, warte. Ich komme von... Einen hatte ich schon, aber da sind es zwei. Ja, den einen habe ich auch. So, dann... Ist da ein Nächster da vorne. War das ein Spieler? Nee, nee. Ein Scaf. Matze? Hallo, Junge. Du musst mal aufpassen, den Sniper von der anderen Seite. Die Arschgeigen, die hocken da schon wieder. Die hocken da schon wieder. Wo? Ah, da, ein Spieler. Hast du ihn gesehen? Ja. Ich habe bloß eine Flash, man. Wollt ihr? Ist er tot? Im Ernst? Ja. Und dann ist der Scaf Player, ne? Nein. Du Scaf. Ey, was schießt du auf mich? Was schießt du auf mich? Hast du auf mich geschossen jetzt? Ja, ich dachte, du wärst tot. Was, Alter? Wie das denn? Wer sagt denn sowas? Weil hier vor mir direkt einer gefallen ist. Der fackelt nur gnadenlos zusammen. Sorry. Hier hat direkt ein Sterbchen vor mir und ich dachte, du wärst das. Ja, ich habe einen Scaf er erschossen. Da fleht mir doch glatt die neue Stimme. Ja. Oh, was habe ich gehen aus, Dame? Ich komme gar nicht hoch. Wo wollen die ja hin? Ja, hier hoch. Warum? Weil hier eine Kiste liegt und ein Versteck liegt. Hä, wieso springt denn er da mit? Was? Ja, Matze, guck mal hier rein. M80-Munition. Ne, Skimaske. Ach, ich komme noch immer zu viert. Hä, bis jetzt sind wir dann zu vier Mann? Ich dachte, das war nicht. Ich wollte keine Folie. Ich gebe ihm auch mal was. Will er nicht? Ich habe ja auch nicht diese Standardversion gekocht. Nee, du hast ja auch die Golden Edition. Genau. Die hat 90 Euro gekostet. Hast du Folge? Folge? Oder? Was? Was habe ich? Voll gedankt. Hat man dann Folge? Oder ist es wie Taco? Auf einmal bezahlen und immer spielen? Man, man, man versteht es. Gerade dieses Wort, was man nicht versteht, versteht man immer nicht. Was, was hat man? Ja, Folge kostet oder ist es... Es kann doch nicht wahr sein, Alter. Folgekosten, ich habe es verstanden. Folgekosten, hat er gesagt. Ach so? Nee. Was, nur, wenn du jetzt so Battle Pass mäßig... Ja. Ich gebe ihm auch mal was, da freut er sich. Ich würde ihm ja hier noch 45.000 Rupel hinschmeißen. Mal mal, mal mal. Ich bin noch nicht. Ich bin noch gar nicht. Ich will keine Ratsche, der weiß gar nicht, was er hilft. Darin weg. Die Gasflagge. Was hast du mitgenommen? Alter, er hat mir eine Lapskarte hingeschmissen. Echt? Ja. Männer kommen mit, aber nicht hier geradeaus. Da ist vermint. Da ist vermint. Hier kommst du mehr. Du hast jetzt meine Gaspulle oder was? Ich habe deine Gaspulle. Du wolltest sie ja nicht mehr. Was auf? Ah, ich weiß noch, wo sie sind. Ah, hier vorne. Hier vorne links ist dann das Ding bis hoch geht. Hier kommt was. Hier rein. Ich bin ja einfach wild rein. Hallo? Ich habe einen erlegt. Hey, wo kam das denn her? Bist du tot? Ey, mich hat ein Scaff erschossen, sag mal. Bist du tot oder lebst du noch? Ich bin tot, aber ich habe einen Bär erschossen. Auf dem Weg. Ach, dann wenn jetzt hier einer vorbeikommt, dann bist du tot, ne? Bist du da mitten im offenen Feld. Da ist er. Er schießt dann auf uns. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Aber ich glaube, das war vielleicht hinten auf der anderen Seite, oder? Ja, ja, und da drüber gesniped. Ja. Der will seinen 100-Meter-Headshots machen. Wie nicht? Wie er an der Wand hängt, alter. Geil. Ich bist, ich bist, ich bist. Grätsch? Nein. Und die Hand noch so schön gestreckt, bei dir auch? Ja. Feiglinge. Ja, da stehe ich dazu. Stimmt's, Benji? Ja. Da machen wir auch kein Hehl draus. Geht's ums große Ganze. Du sagst. Hast du auch nicht vergessen. Hm. Alter, ein Schott, ich war weg. Achtung, ich hatte's. Achtung, da ist auf jeden Fall ein Sniper da. Naja, ein Sniper nicht. Fuck, Heckenschütze. Camper. Oh, von hinten. Heck von hinten. Nach hinten. Auf, du musst du, ihr blätsch, du weißt. Oh, blätsch, schließend. Oh, man, der Preppe lockt da auch was. Wo muss man denn hin? Alter. Du willst mich doch jetzt verarschen. Also, jetzt, jetzt will er uns wirklich verarschen, oder? User Camp. Ey, Benji, sag's ihm nicht noch mal. Von mir aus kann ich ja, ich bräuchte im Wald um, wie oben wir Stilzchen. Ey, das kann ja nicht sein, fünfmal. Oh, 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 Moment. Moment. Was denn? Hinter uns rennt jemand auf dem Stück, äh, auf dem... Oder auf dem Stück Land. Michael Jackson. Michael Jackson. Das darf nicht sein, was ist denn das? Oh, gut, jetzt kriegt er einen Gnadenschuss. Oh, er ist hinüber. Cool. Was? Was schießt du um den Bein? Hast du denn vorbeigeschossen bei mir, oder was? Ich geh mir den Gnadenschuss. Warte, ich zeig dir mal, wie es mit dem Headshot geht. Jetzt räum ich sein Zeug noch weg. Ich geh in Deckung. Ich auch. Also mir ist nur die Waffe wichtig, die Art da, die ist mir wichtig, weil die ist gemoddet. Das kannst, äh, in den Arm. Hast du versichert, oder? Ja, ja, ich hab, ich hab alles versichert, ja. Ja, ich hab alles versichert, schöne Zeit. Vielen Dank.